So liebe Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Runde LS und 15. Wir haben ja beim letzten Part aufgehört zu häxeln. Das Ding ist so gut wie voll. Ich glaube 50% oder so. 54. Aus folgendem Grund, ich bin hier einfach nicht mehr hochgekommen. Hier kommt man einfach nicht mehr hoch. Ich weiß nicht, ja vielleicht mit einem anderen Schlepper oder weiß der Geier was. Aber da sind wir nicht hochgekommen. So, hier haben wir schon mal was hingestellt. Wir werden Kartoffeln ernten. Der steht ja auch noch hier. Ja und wie man sieht, hier ist noch jede Menge Mais auf dem Feld. Und ja. Das müssen wir das andere Mal machen. So, dann nehmen wir uns das Ding hier mal. Und werden ihn mal testen. Gucken, was der kann. Da bin ich jetzt echt mal gespannt. Jetzt muss ich aber allerdings mal schauen. Aufklappen mit X. Du kannst warten. Oh, wie. Eines. Na und dann klappt der das auf automatisch auf. Oder wie. Oder wie. Oder wie. M. Bissin groß. Na ja, aber er fängt an zu ernten. Okay. Ähm, ja, ist schon etwas größeres Feld. Denn, ja. Wir wollen ja Schweine machen. Und Mischfutter. Ja, aber das müssen wir dann im nächsten Part machen. Dann müssen wir die Mischstation mal voll machen. Dass wir da auch ordentlich Futter haben. Und sind kann heiß. Ein bisschen zu schnell, oder? So, dann machen wir das auf 110 kmh passen. Das ist es sicher. Und sind wir dann mit dem Kniekwatz. Ja, wie. Ja, ich bin. Wir sind hier. Wir sind zwei. Und hier. Und hier. Was ist denn da rein? Millionen oder was? Wir haben 14.000 schon drin und sind erst bei 11 Prozent. Dann können wir doch bald anfangen zu brüdern das erste Mal. Das ist schon wieder eine Reihe. Das ist jetzt hier einmal so weit. So, den fitzl hier weg. Ach ja, Kurspläne ist mir ja auch noch ein paar Lagen. Muss ich mal gucken. Wann ich das machen werde. Ja, also da passt mal was rein hier. Ja, also da passt mal was rein. 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 So. Ja, wir könnten eigentlich 24 Stunden wieder so steig bleiben lassen. Ganz komisch, aber egal. Ja, dann können wir auch schon mal abholen. Und fahren wir dann schon weg, oder ja, rein theoretisch brauche ich nicht jetzt diesen Kurs. Und nur kein Kurs. 32.000 So. So, dann macht der Pulli mal früh. Das ist auch komisch gemacht. Ja, dann können wir ihn eigentlich mit dem Helfer fahren lassen. Und wir können uns dann in der Zeit um was anderes kümmern. Jetzt steht der natürlich im Weg hier. Bevor es knuten. So, noch angehen. Den können wir mal kurz anlassen. warte, stopp. Ähm, aktive Seite, rechte Seite. So, ähm, kreisfahren auf und ab. Ja, machst du schön. Mach mal weiter. Warte, wo war denn noch mal? Ach, da unten. Bei Feld 22. Ja, dann fahren wir schon mal ein paar Kartoffels dahin. Würde ich mal behaupten. Aber da ist auch nicht mehr. Aber da ist auch nicht mehr. Es ist auch nicht mehr. Ich glaube nicht. Aber da kann ich auch nicht mehr gut gehen. Komm, doch. Ja, ich kann nicht mehr. Du bist ja auch nicht mehr. Aber ja, den lassen wir uns schon so flowen. Ich kann nicht mehr so laufen. Müssen wir auch noch Strom dahin bringen. Schweine können wir dann auch schon kaufen. Das dauert jetzt allerdings ein bisschen. Bis wir da sind. Kann man mal ausmachen. Was zum Teufel! So, hängen aber nur bei den Rändern. Hier sind wir ja noch Mais am Ernten. Da lässt man nie die Menge auf dem Feld drauf. So, dann dürften wir ja gleich schon da sein. Hier ist diese Mühle. Das war mal ein Stall oder so. Und hier haben wir auch noch Raps. Weizen oder Gerste. So, muss ich jetzt manuell das Türchen aufmachen? No. Mach auf. Naja. Naja, egal. Hat keiner gesehen. Ab rein mit den... Stopp. Halt. So net. Wo sind denn die Schüsseltiere? Schwein kaufen. Boah, dass man das einzeln machen muss, ne? Was haben wir denn jetzt? Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Kann ich nicht auf Enter drücken? Ach, ja. Kauf mal. Kaufen! Schneller! Kauf mal 50 Stück. 50 gekauft. Okay. Ja, hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft. So, warte. Was bekommen die Viecher denn? Schweine. 50. Erd. Getreide. Mischration auch noch. Silofutter bekommen die auch noch. Wasser, Stroh. Ja. Wasser und Stroh noch. Mischfutter. Okay. Ja, dann. Okay. Fahren wir mal zurück. Werden das am Hof abladen. Werden den wieder da hinstellen. Wir werden uns den Fenn schnappen. Hänger schnappen. Frontlader schnappen. Und werden Stroh fahren. Wasser fahren. Oh ja, da werden wir noch einiges machen müssen. Ja, das muss ich überhaupt rausfinden, wo immer die Koffeln sich im Lager gibt. Ich weiß nicht mehr, ja. Den muss ich auch mal wieder auf den Hof drauf fahren. Ach, der kann eigentlich nur stehen bleiben. Im Cloud wird ja hier nichts. Ja, wir sind super versichert. Ja, wir sind super versichert. So, dann einmal rein hier. So. Nee. Oder? Naja, das ist Mais, oder? Mais und Raps. Okay, nee. Hier war das nicht. Gehen die Tore auf? Nein. Ah, doch, ich weiß nicht. Ah, ja, ja. Ah, ja, ja. Ja, ja. So, in einer von den Hallen. Entweder hier. Mach auf. Das ist drüben. Okay. Dann ist es die andere Halle. Dann muss es die sein hier. Kartoffeln, jawohl. Machen wir hier mal auf. Und wir steigen in den Schleppern. Mal ab, mein Freund. Mal ab, mein Freund ist zu. Wunderschönen. die 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 der die 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 Während ich den aufs Feld fahre, bedanke ich mich schon mal recht herzlich fürs Zuschauen und Einschalten. und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Tschö